Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Daniel Schübler. Ich bin Gründer der Firma Schübler Technologies GmbH, eine Firma, die seit 22 Jahren spezialisiert ist auf die Entwicklung von Impeller Antrieben. Hier sehen wir eine Reihe unserer Antriebe, das komplette Portfolio von links 69 mm bis rechts. Der größte Antrieb zurzeit am Markt 195 mm. Wir sind hier gerade auf dem EDF-Meeting in Äffeln, ein kleines gemütliches Meeting, wo die Antriebe von unseren Kunden und von uns selbst geflogen und getestet werden. Äffeln ist traditionellerweise immer zwei bis drei Wochen zeitlich vor der JetPower angesiedelt. Deswegen geben wir immer einen kleinen Ausblick auf die Neuheiten für die JetPower-Messe. Wir haben hier die Größenklasse 128 mm und hier einen Riesensprung 195 mm. Dazwischen fehlt was seit drei bis vier Jahren und wir dürfen jetzt ankündigen, dass wir einen 152 mm Fan auf der JetPower-Messe vorstellen werden. Der ist hier nicht da, weil er gerade auf dem Prüfstand noch vermessen wird. Thermische Messungen werden durchgeführt, Leistungsmessungen etc., damit auf der Messe dann alles bereit ist. Wir füllen damit eine Lücke, die es dann ermöglicht, dass man mit hoher Effizienz und vor allem wie bei uns gewohnt mit äußerster Zuverlässigkeit Modelle fliegen kann. So in dem Bereich ab 15, 16 Kilo bis 20, 21 Kilo circa. Das werden wir noch ganz genau spezifizieren.